Herr Mustermann möchte gerne sein Geld anlegen. Aber wo gibt es die beste Rendite? Bei der Bank? Sparen Sie hier! Sparen Sie dort! Fast 0%! Sparen Sie allerorts! Vermögensaufbau und Lebensversicherung! Nur leider kommt oft nichts dabei raus. Aber wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber gleich zum Haus. Moin in die Luft gehen Sie? Schau mal zum Haus. Abonnieren Sie. Abonnieren Sie. Vielen Dank.